guten morgen ja dienstag ich habe meinen lauf am sonntag gut verkraftet hatte gestern dann nur bewegungstherapie drauf also ein bisschen warm laufen und ein zirkeltraining und heute stehen dann wieder tempo läuft auf dem programm firma vier kilometer wieder auf dem testfeld diesmal es wird schwierig mit video material aber mal schauen was man so zusammen zaubern und ansonsten ja die tage sind fast gezählt geschafft firma vier war ziemlich gut aufgrund der witterung und das doch langsam spannend werden der wettkampfvorbereitung verzichte ich heute mal drauf noch irgendwelche laufvideos nachzustellen einfach aus dem grund dass ich mich nicht erkälte ja so gut morgen nehme ich euch bestimmt wieder mit zum lauf und viel spaß noch